Hallo alle zusammen, heute geht es um dieses leckere Spargel-Rezept. Das ist ein One-Pot-Gericht, richtig schön cremig mit Reisnudeln. Also einfach nur Nudeln, die aussehen wie Reis. Und ja, wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Bevor wir jetzt hier starten, wollte ich euch nochmal kurz was abspielen bezüglich meines letzten Kuchens. Ich fand den ja mega lecker, aber ja, ich werde ja keinen Kuchen hochladen und würde sagen, ja, der schmeckt blöd, der schmeckt nicht gut, mach die nach. Aber ich habe meiner Freundin den Kuchen ja gebracht, die hatten dann mit reingenommen, ist zur Arbeit gegangen. Und in der Zeit war ihr Mann halt zu Hause und wo sie heimkam, war halt der halbe Kuchen weg. Und dann hat sie halt nur ihm eine Nachricht geschickt, naja, der Kuchen scheint dir ja geschmeckt zu haben anscheinend. Und dann wollte ich euch nur mal eine Nachricht abspielen, was er darauf geantwortet hat, dass ihr seht, dass nicht nur ich den jetzt auch wieder gut fand, sondern auch jemand anders, der das ja auch nicht sagen muss, wenn es nicht so ist. Also passt auf. Oh ja, also der war richtig lecker. Diese Kombination aus diesem joghurthaftigen Mohn und diesem Crunch und dieser Marmelade, also das war richtig pano. Ultra lecker. Genau, das war die Nachricht von dem Mann meiner Freundin. Also ich wollte es euch nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr Mohn mögt oder so. Ich glaube, ihr würdet den dann alle mögen. Man muss ihn ja nicht, ich habe ja Blaubeeren genommen, man kann ihn ja auch mal mit was anderem machen. Ich wollte es einfach nur noch mal gesagt haben. Jetzt machen wir aber hier weiter. Die Mengenzutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe hier jetzt einmal Butter drin und die lasse ich jetzt erstmal schmelzen. Dazu gebe ich jetzt schon mal Knoblauch und Zwiebel. Und ich nehme ja diese kleinen Reisnudeln. Ihr könnt natürlich auch andere Nudeln nehmen. Ihr müsst natürlich dann einfach nur gucken, wie lange die halt brauchen. Ich finde die ganz toll auch und die schwitzen wir jetzt mit an. Und hier an der Seite habe ich einmal Gemüsebrühe und da ist noch ein bisschen Schlagsahne drin. Und dann habe ich den grünen Spargel hier schon. Und normalerweise kommt dann ja auch noch Parmesan dazu. Ich nehme heute aber einfach mal Gouda. Genau. Aber das tun wir jetzt kurz anschwitzen. Und dann löschen wir das ab. Den Spargel gebe ich ein paar Minuten, so drei Minuten später ungefähr dann dazu. Dass das beides gleichzeitig sozusagen dann gar ist. So, jetzt löschen wir das ab. Wie gesagt, ich warte zu ungefähr drei Minuten, wenn es köchelt. Und dann gebe ich den Spargel mit dazu. Aber wir können jetzt schon mal salzen. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir ja auch Gemüsebrühe dran haben. Dann pfeffern wir das Ganze. So, dann geben wir mal den Spargel mit rein. So, jetzt sind 15 Minuten rum. Also ich habe mich da an die, an den Nudeln angepasst von dem Zeitraum. Oder Zeitraum. Deswegen habe ich ja den Spargel auch ein bisschen später dazu gegeben. Jetzt schmecken wir das noch mit Zitronensaft ab. Das ist natürlich auch wieder Geschmackssache wie viel. Und dann kommt ja noch der Käse dazu. Der soll dann noch schmelzen. Und dann sind wir auch schon fertig. So, wir sind fertig. Wir können probieren. Was ich noch sagen wollte ist, ihr müsst natürlich immer zwischendrin mal umrühren. Also ist zwar ein One Pot Gericht und einfach, aber sonst brennt es natürlich unten auch an. Also immer mal zwischendrin umrühren. Und jetzt probieren wir mal. So lecker. Muss ich gleich noch mal nehmen. Schmeckt super, super lecker. Und ja, was soll ich mehr sagen, außer macht es nach. Lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020